Keine Diagnose durch die Hose. Eine körperliche Arbeit ist ja. Es ist nicht so, dass wir einen ganz totalen Kraul dran. Warte mal, ich muss da schnell ausschauen. Es ist so... Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, dass das irgendwie umkommt, was ich tue. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist immer bestrebt, schöne Raumerlebnisse zu schaffen. Also das ist das... Das ist normal, oder? Das war's. Das war's. Das war's.